Hallo und willkommen zum 14. Türschen. Heute am Dienstag, gestern nach dem gemächlichen Start in die Woche, geht es heute direkt wieder an die Geschmacksknospen, denn wir haben heute ein Sauerbier und zwar das Dr. Juice Acid Junk mit Blackberry, also mit Brombeeren drin, mit ganz leichten 4,5%. Wir sind hier in Brène-la-Loe, das liegt in Wallonisch-Prabant, direkt unterhalb von Waterloo, der berühmte Ort, der nach dem Erfolgshit von ABBA benannt worden ist. Und dort ist seit 2008 Emanuele Corazzini aktiv, er bietet Braukurse an, er gibt Kurse in Zytologie, also in Bierkunde, so ein bisschen Sommelierkurse quasi und macht auch Gruppenaktivitäten für Firmen und verschiedenste Art und Weisen. Und er hat auch schon einigen zum ersten Bier verholfen, also dass er gesagt, dass er auch aus dem Braukurs heraus dann Menschen dazu ermutigt hat, dann ihr eigenes Bier auf den Markt zu bringen. Er selber war 2015 im allerersten Adventskalender mit dabei und ich glaube ein oder zwei Jahre später war Tachtaruga mit einem Bier im Adventskalender. Das war dann unter anderem einer, der vorher bei ihm einen Kurs belegt hat und sich dann auch in das Brauen reingesprungen ist, sozusagen. Er selber hat eine Reihe von eher dann normalen Bieren, hat ein IPA, hat ein Triple, hat das Big Mama Stout, ein sehr, sehr schönes Stout und hat dann irgendwann angefangen, die Dr. Juice reinzumachen, unter anderem zusammen mit einer Distillerie, Wave Distill und macht dann da eben so ein bisschen verrücktere Sachen, die so nicht in das normale Sortiment reinpassen von Nova Bira, sondern eben dann eine eigene Reihe kreiert hat, das Dr. Juice dann. Und heute haben wir die neueste Version davon Ende September erst auf den Markt gekommen und jetzt schon im Adventskalender. Wie man sieht, natürlich eine schöne Farbe, kommt auch dann zusammen mit der Brombeere in so ein rötliches, fast Weinrot, würde man sagen, Bordeauxrot, schöne Schimmer drin. Der Schaum hat jetzt nicht so lange gehalten, ist aber bei Sauerbieren nicht unbedingt immer der Fall. Und dann hat man auch sofort diese Brombeere in der Nase. Man vermutet schon so ein bisschen diese Säure. Man hat auf jeden Fall auch ein bisschen Getreide mit dabei. So eine süßsäuerliche, fruchtige Note auf jeden Fall, die da auf jeden Fall Lust machen, mal einen Schluck zu nehmen. Man hat da sehr, sehr viel Kohlensäure drin, sehr feine Kohlensäure. Man meint, man wird einen Saft trinken tatsächlich, einen sprudeligen Fruchtsaft, eben mit dieser Brombeere. Man hat dieses frische, es ist gar nicht so sauer, wie der Name eigentlich vermuten lässt. Man hat jetzt so im Nachgang eine leichte Säure drin, aber die erinnert effektiv eher an einen säuerlichen Fruchtsaft, als an ein Sauerbier, wo man das doch schon mal auch intensiver haben kann. Für mich wieder ein schönes Beispiel, wie man so verschiedene Sachen kombinieren kann. Eben ein Sauerbier mit einer Frucht. Und diese hebt dann eben das Säuerliche so ein bisschen mit auf, gibt ein bisschen Süße mit dazu. Und so wird das schön ausbalanciert und man hat eigentlich ein sehr, sehr leckeres, fruchtiges Bier, was dann nicht zu süß ist und deshalb auch gut trinkbar ist. Ein super frisches Sommerbier, könnte ich mir da vorstellen. Er selber gibt als Speisenempfehlung ein Rilette-Droit, also ein Gänseschmalz. Man kennt es normalerweise auch sonst vom Schwein oder so, aber es gibt das natürlich auch von der Gans. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen dabei. Vielleicht auf eine schöne dicke Scheibe gutes Brot geschmiert, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Oder eben man ist dann wieder im Dessert unterwegs, dass man sagt, man reicht das Bier zu einem Dessert. Entweder zu einem Schokoladendessert oder vielleicht noch eher, warum nicht, zu einem Käsekuchen zum Beispiel. Könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, wo da so ein bisschen die Säure in den schweren Käsekuchen dann schneiden kann. Oder eben als Aperitif, wenn man das in einem Säckglas serviert, hat man einen schönen Aperitif, der nicht zu süß ist für den Einstieg in den Abend. Und mit 4,5% macht man da auf jeden Fall nichts falsch. Ein super spannendes, leckeres Bier. Und damit wünsche ich euch dann viel Spaß heute am 14. Und dann sehen wir uns morgen am Mittwoch um die Woche zu teilen zum 15. Türchen. Und ich sage Prost und ja, bis demnächst. Prost und ja, bis demnächst. Prost und ja, bis demnächst. Vielen Dank.